Der Bild-Zeitung ist heute vom Düsseldorfer Landgericht leichtfertiger Umgang mit der Wahrheit bescheinigt worden. Der Axel Springer Verlag, in dem das Blatt erscheint, wurde deshalb zu einem Schmerzensgeld von 50.000 Mark an Eleonore Pönsken verurteilt. Ach herrje, wenn Springer jedes Mal Schmerzensgeld zahlen müsste, wenn eins seiner Elaborate jemanden mit der Wahrheit leichtfertig umgeht, der wäre doch nie Multimillionär und Pressezar geworden. Guten Abend, meine Damen und Herren.